Get the Thermo... Baaah... Boah, leckt mich, Alter, ganz ehrlich. Okay, das schaffen wir jetzt noch. Wett'n, die Tür ist jetzt nicht mehr offen? Die Tür ist jetzt nicht mehr offen? Ja, das wäre dann... Andere Seite, ja. Und das hier zu knacken bringt nichts, oder was? Unnötig. Hm... Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie das dieses Mal aussieht, weil das ändert sich jedes Mal ein bisschen. Tür auf? Nein, die Tür ist zu. Ich hol schon mit den Bohrer. Mach das. Ja, da kannst du dann auch die Tür aufknacken. Mach ich. Ah, falsche Taschen. Okay, dann... War dumm, dass ich die Maske aufgesetzt habe. Kann ich rein schauen. Hm... Warte mal... Finde ich auch schöne Schallgedämpfte. Jep. Gut. Oh, Achtung, hinter uns Zivilist, aber der guckt nicht... Geh nur vorbei, geh nur vorbei. Knack weiter, knack weiter. Hier steht die Tür offen. Ist offen. Und hier ist keine Kamera dieses Mal. Cool. Heiko? Heiko? Wo? Ich weiß ja nicht mal wo! Hinter dir! Ein Professional braucht nicht zu töten, du kennst! Pfff! Oh, wir sprengen einfach gleich die ganze Bude, weil ich hab ja nicht ein paar Granaten. Gibt's zwar Abzug, die Scheiße. Ich hab die Person... Also die Leiche mal... Und wir schauen erst, dass sie oben clearen. Ich nehm die Leiche mal mit und leg sie irgendwo hin. Ja. Ja. Man kann die Leichen mitnehmen, geh. Und dann irgendwo versteckt. Ja. Dann kann ich nicht sprinten, ach so. Gut, aber kannst du in den Taschen packen. Cool. Patti, was machen wir hier oben eigentlich? Guck mal kurz mal schnell ein bisschen umschauen. Wie von... von hier oben aus muss doch auch irgendwas zu machen geben. Und nur rein zum... Einfach hier oben. Hier oben sind Bretter. Die können wir... Die können wir mitnehmen. Es ist denn hier keine Kamera. Es hat die mit den Kamerern. Echt jetzt? Es ist ein Bretter? Wo? Krass, da kann man die Fenster vernageln, gell? Wir schauen mal. Oh 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 oh... Achtung. Verbrauch halt noch mehr Schuss. Ja, ich weiss. Oh Gott, Paycheck Antwort. Mach, mach mal. Ja, mach ich grad. Und dann nehme ich ihn mit und strage ihn raus. Passt schon. Alter. Boah, nice. Das war gerade ich. Ich habe keinen Leichensack mehr. Kommt mal jemand her mit einem Leichensack. Patty? Ich habe auch keinen Leichensack. Ich habe keinen... Natürlich haschst du auf! Jeder hat einen Leichensack. Nein! Nein. Das hast nur du, weil du Geist bist. Nice. Scheiß drauf. Juli? Hä? Patty, du hast... Ich habe keinen Leichensack. Die Tür hinten ist offen, gell? Patty kann Stüche bestehen bleiben und schauen, dass keiner den sieht. Wen? Mal kurz außen rum, den Toten. Da kommt einer, da kommt einer. Wenn einer da dran ist, dann erschießt ihn so, dass die anderen ihn nicht sehen können. Ja, Patty, Patty, komm hier hoch, der kommt gleich hier hoch. Der kommt eh gleich hier hoch. Nein. Doch. Dann stell dich wenigstens ins andere Eck. Stell dich ins andere Eck. Heiko, 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 Heiko. Die Kamera. Alles gut. Er steht da ganz chillig. Heiko! Alles gut! Er hat die einfach abgeschasst. Was soll ich machen, Alter? Er macht nichts. Hat er die Karte gehabt? Der geht wieder weg. Patty, können wir durch? Er geht wieder weg. Hat er die Karte gehabt? Können wir durch? Ich probiere es. Nein, hier ist keine Karte. Da hat irgendjemanden gesehen. Ja, ja, fast schon. Oh, da stehen welche. Da stehen echt welche. Oh, oh. Alles gut. Heiko, zurück, zurück, zurück. Schau mich nur um. Juhi! Heiko! Fuck, Heiko. Alle bei Heiko. Okay. Alle runter, alle runter und den Pager beantworten können wir machen. Nein, 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 abschließt. Oh, Ben? Wo war die Kamera? Oh, Ben? Wo war denn die Kamera? Keine Kamera. Irgendjemand, irgendjemand oben hat angerufen. Oh, der Standardkamera hat Einbringer identifiziert. Ach so, der Typ da drinnen. Fuck, stimmt ja. Hier, Patty knackst, solange die Bankautomann. Hey, was soll ich knacken? Die Bankautomaten. Hä, ist so schlange am Gange. Nein, hier vorne. Der ist ein Wasserautomat. Ach, was ist der da? Das kann eigentlich nicht. Das kann nur Heiko, weil der einen Störsender hat. Ich brauch dafür eine Säge. Weißt du? Den müsste ich nur irgendwie freischalten. Was überhaupt da hinten, ne? Keine Ahnung, ich guck mal. Ach, ein Leichensack. Ne. Was? Erbarrikadieren. Ach so, doch. Oh lol. Heiko, gib dir mal die Barrikade. Komm mal kurz rein. Ja, ja, mach da die Blätter hin. Da hab ich schon. Ich weiß, wie fett es ist. Was? Also, mach die überall hin. Ich kann nur ein einzeln machen. Ich hatte nur eins. Dann mach's hier hinten hin. Hier. Komm zu mir. Ich hab die ja schnell verwendet, du Horst. Du hättest hier zu machen müssen. Direkt hier. Warum hier? Weil ich hier die ganzen Leute reinkomme. Ich brauch die schnell Fenster, du Horst. Ich hab dir die Tür so schnell aufgekriegt. Sie sind auf das Seen. Die gehen vor den Spilien. Sie müssen überhören. Die Sechsten. Wir kommen. Steck. Und runter. ja diesmal schaffen wir es aber ja und ihr kommt jetzt alle sofort hierher alter ihr kommt jetzt alle sofort hierher ja warum hat elf einfach auf die drücken ich guck hin du nicht heiko riskiert nix naja was schon heiko doch noch komm her du schnull der polizia das wohl nicht immer wegbomben führt also mein haftbomben hin ja sie sind so dumm und sehen wie wir es ist das coolste drin mach ich hinten auch eine hin also hier so her wir müssen das nächste mal vielleicht erst einmal alle ding abschießen alle 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 ja genau ich hatte die untervor abschließen aber die einheit hinterher genau ich bin halt hier hinten und sicher hinten ab Da brauchst du dich, da habe ich ne Kraftbombe erst mal liegen. Ich meine aber hier durch die Fenster, da wo Heiko läuft. Die sind hier drin, die sind hier drin. Heiko, weg, 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 weg. Ja, das ganze Strom-Ding kommt euch gleich zurück. Alter, auf dem Dach sind ganz hässliche Typen gelandet, aus dem Helikopter mit grüner Kleidung. Die sind, ich glaube das sind Taser. Von was verliert grad leben? Äh, Dengengranate, Tränngas. Scheiße. Oh shit. Ich kann hier immer noch leben, geh hier nicht ran. Ich geh hier nicht ran. Mann, Tränngas. Nicht reingehen, nicht reingehen. Patty, lass erstmal Bohrer in Ruhe. Alter, das ist raus. Ich wollte dir helfen, Heiko. Die waren, sah ich dir mal gar nichts aus. Ich mach Bohrer. Ja, okay, Juli, wir decken hier. Bist du ganz besser. Was war das jetzt schon wieder? Ich wette, jetzt muss ich gleich wieder alle Dinge aufmachen. Ja. Irgendwie ist es gerade härter als letztes Mal. Als es zuvor. Und wo? Hinter, hinter mir. Ja, da ist wieder Drehend. Die sind jetzt selber mit ihrem eigenen Drehendgas, Alter. Was heißt hinter dir? Pass auf, du würdest, glaube ich, auch grad leben, oder? Okay, ich kann nur holen Sie mal für die Gäste. Für die AK. Noch 100 Sekunden. Das Zeug. Oh, Munizio. Oh, Munizio. Oh, ja. Dein Ernst? Brauchst du Munizio? Nee, schau mir grad. Hier. Hier drinnen ist es eigentlich gut. In diesem Bankschalter. Hey, die AK halte ich mir noch für schlechte Zeiten auf. Sehr schlechte Zeiten. Von wo? Hey, da hält mir das Tränengas dort, bitteschön. Oh, ohne Flachs. Noch 50 Sekunden. Okay. 25. Mhm. Was? Oh man, ich hab mich aufs Leben geachtet. Hallo. Okay. Ich lieg da, aber da ist grad relativ Glück. Oh, 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 oh. Ja, der Hotsen. Ja, fast. Oh, Pettie! 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 Ernst, das ist nicht nur verschissender Ernst, Alter. Was ist da? Brenngas? Ganz viele Leute. Und da ist offen. Zippa und die Tür geht mir genau ins Gesicht, dass ich nichts machen kann. Oh, du bist wie Death, Mann. Ja, ne, geht nicht schnell, da muss ein Bohrer hin. Ja. Und der braucht 176 Sekunden wahrscheinlich. Ey, leck mich, Alter. Wahrscheinlich braucht der Bohrer drei Minuten, Alter. Liegt da drin zumindest das Geld. Nice, Pettie. Was ist los? Nice, Granade. Scheiße. What? Geil wieder. Scheiße, was die Reinigung kosten jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich sind da ein paar viele Leute. Oh, was. Hä? Ich hatte doch gerade noch voll geliebt. Liegt da drin, aber da drin kann man sich gut verstecken. Wo, 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 wo? Da drin? Aber der Hox kommt. Ich glaube, ich glaube, ich bin da drin. Heilgucken! Ja, der kommt schon. Was? Aber du kannst auch hier rein, Deckung. Ding ist im Arsch. Oh nein, der braucht eigentlich. Kann ich eigentlich... Leck mich! Warte. Das hat gerade auch nichts mehr. Das ist irgendwie... Müll krank. Fuck, ich brauche Munizion, brauche Munizion, brauche Munizion. Hä? Warte. Warum müssen wir das jetzt auch noch aufmachen? Das war doch letztes Mal schon offen, oder? Ja, letztes Mal. Dadurch ist das neu. Wie lange hält denn das Tränen? Seeeeh, sehr, sehr lange. Wir haben inzwischen wieder was Neues hingeworfen. Genau, Sniper raus, Sniper. What? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Patty, wo bist du? Hier. Beim... Atten, noch 85 Sekunden. Alter, was hast du aufgehoben? Das lag da oben. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Weiter. Gibt es auch noch eine Safe? Ach, hier war der Karte. Ich komme, ich komme, ich komme. Komme. Hallo. Hallo. Bei dir geht es schneller. Fuck, hat E gedrückt halt. Geil. Wieso E? Wieso im Nahkampf, meinst du? Habt ihr alle schon die Munitionskächte aufgebrucht oder was? Nein. Womit ich die denn weg? Was? Nein, genau. All die nur für eine volle Magazinladung hält. Nee, für vier. Nein, eine. What? Der Extremmunitionsmangel habe ich aufgefüllt, war sie weg. Lol. Da hinten ist doch auch eine Mintbohre, oder? Was ist denn das? Äh, ich habe mich gerade gelegt, weil da auch noch ein Safe ist. Heiko, Heiko, komm zurück, bitte. Acht, sieben, sechs, fünf, schick, vier, drei, zwei, eins, hoffen. Ja. Ganz, 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 ganz. Wir müssen hier schützen, Alter. Ja, wir haben ja nicht mal das Problem. Da müssen wir kurz zurückziehen. Seht ihr? Ja, ich tue das Geld dran in die Ecke. Gut. Also. Ja, natürlich, ja. Leute. Ich bin, äh, haften worden. Ueli, sieh, 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 sieh. Oh, du schaust, äh, sieh, 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 sieh. Fuck. Fähnix. Juni, versuch zu kommen. Okay. Ich brauch dich hier. Und jetzt? Fafen. Ich versuch jetzt noch mehr, noch mehr Geld rauszunehmen. Wer vorhängt denn das Ganze? Juni! Was denn? Du sollst, ich hab doch gesagt, ich mach das so safe. Lass du safe nehmen, bitte. Ich dachte, ich soll den safe machen. Ja. Was soll ich den safe sagen? Du wirst sofort nicht. Achso, der wird aufgehoben, gell? Ja. Aber ich hab kaum Leben. Patti, du hast mehr Leben, also lass mich machen. Mach du jetzt die Dinger. Ich hab mehr Leben wie du. Okay, ihr könntest du zum Auto bringen, gell? Und da grad ist der Polizeifolkruppst vorbei. Genau. Wo ist das Auto? Da hinten, rechts. Ah. Ah. Ob wir einfach nicht rennen können, weil es gerade einfach zu schwer ist. Ha. Flipper ist weg. Soll ich auch kommen, oder? Ja, ja, ja. Ja, da auch. Okay. Von irgendwo krieg ich Schaden. Fuck, von wo? Ich bin weg, Patti. Ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm gleich. Heiko, schaffst du es zu, Juli? Nee, er wird mir schon aufgeholfen. Mir wird schon aufgeholfen. Ach, Heiko ist da. Wo ist das Auto? Hinten. Gott, Sniper, 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 fucking Sniper. Oh nein, Polizeifolkruppst, sollen wir uns zurückziehen? Alter, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Zurück in den Raum, zurück in den Safe-Raum, Alter. Das wird niemals. Juli, kannst du mich beschützen? Ja. Alko, wo bist du hin? Alko, komm zurück. Du bist da draußen, Alter. Nein, nein, komm in den Safe-Raum. Draußen sockst du. Auf den können wir scheißen. Ich dachte, das bist du. Beschütz dich hinterm Tisch. Und dann einfach drauf. Heiko, ich wang. Vielleicht brechst du ab, sobald jemand kommt. Ich beschütz. Kommt viele? Nein, nein, pass. Oh Gott. Pass, 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 alles noch. Oh Gott, die kommt von rechts. Alko, versuch die untersten zu machen. Fand ich das fett cool da drin. Kann ich eine ganze Geldtasche mitfüllen? Ja, dann packst du es in die Ecke rein. Wir müssen erst versuchen, alle aufzumachen. Wie ultra viel es dann sein würde. Ja, wir haben jetzt den ganzen Polizei vor, ich bloß lange Zeit. Irgendwie werden jetzt ja gleich so massen von... Oh Gott, Smoke. Fuck. Juli, brauchst du Hilfe? Nee, passt alles. Oh Gott, Heiko. Schreck mich nicht so. Was? Was? Heiko, 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 Heiko. Heiko, Heiko, Heiko. Heiko? Die haben gesmaukelt, will ich mich verarschen. Gegen die Ecke Heiko. Ich glaub so besser, weil dann bleiben die hier drin, dann können wir die Munition aufsammeln. Ja, ein bisschen was müssen wir zahlen. Au. 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 Ich hab mich am Arsch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh oh, Juli. Fast. Zwei sind noch. Ist auch mal ne Polizeivorschuss für India oder so? Okay. Juli zurück. Ja. Ich hab jetzt nichts drin, denn was ist denn da? Ich kriegst Säge haben. Ich glaub mir geht es um einige schneller. Jetzt. Beutel nehmen. Und rennen. Ich will den Beutel nehmen. Hier geht noch mal wieder. Die Crew ist stuck. Somebody's gonna... Pfff. Geht relativ gut aus hier draußen. Was? Von? Auto. Ja. Von überall. Oh Gott. Alter, ich weiß nicht von wo. Wir stehen direkt neben unserem Auto. Ich bin... Ich bin in Haft? Wir müssen warten. Wir müssen warten, die Polizei zu erheben, um einen Trait zu machen. Es muss nicht lange dauern. Halt... Patti hinter dir auf dem Dach. Hab ich doch schon. Bisse liegt da schon eine Tasche drin, hat er eben schon reingeschafft. Ich hab vorhin schon. Jetzt einfach mal durchrushen, einfach mal durchrushen. Äh... Hä? Was? Wie hat der mich bitte grad krass gehittert, man? Da sind überall noch Sniper. Jungs, ist der Hawkson bitte schon... in Haft? Ja, okay. Patti rechts, rechts, rechts. Nein, da oben. Heiko nicht helfen. Heiko hinter dir, hinter dir. Ja, ich... Alter. Heiko, nein. Heiko, Heiko, Heiko. Was soll ich denn machen? Mann! Ey, komm. Wir schaffen das einfach nicht. Machen wir's nächstes Mal? Ja, machen wir's nichts. Eine Stunde, zehn Minuten, Jürgen. Pfff... Scheiße, Alter. Was sag du oder ich? Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn wir's zweimal gefailt haben. Richtig gefailt. Aber nächstes Mal machen wir was anderes, eh. Ganz ehrlich. Oder einfach mal mit mehr Leuten, ne? Also, was hast du denn gerade noch einen mehr dazu? Ja. Weil, ich glaub, dann wird's wahrscheinlich einfacher. Weil, zum Beispiel, dieser Bot, der läuft ja mir immer hinterher. Ne, läuft immer da, irgendwo nur einer ist. Ach so. Ja, okay, gut. Ja, also wir sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Scheiße. Tschüss. Tschüss.